Wir haben es heute auf dem Rundgang gehört. Letztes Jahr hat die WKK trotz schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen nicht sehr viel vom Umsatz verloren. Das heisst, dass die KRMUs für unsere Wirtschaft sehr wichtig sind. Wir schätzen auch, dass sie sichere Arbeitsplätze bietet, dass sie Lehrlinge ausbildet. Wir sind froh, dass wir solche Unternehmen bei uns in der Gemeinde haben.